ja hallo und herzlich willkommen zurück zu gta online der pacific standard raub heute mit einem random weil mich in dummer spaß diesen keine zeit hat ich war aber gemein andy hast du dir jetzt auch die kokett geholt oder was hatte ja schon glaube ich vor mir super ich habe ich mir erst geholt erst gestern aber ist ungetunet ach so deshalb hol ich mich so hart ein ich dachte mir schon ich wäre schon halt richtig überhaupt nicht mehr gewöhnt ohne kontrolle zu fahren andy erklär mir mal kurz was ich zu machen habe also du bist der sprengmeister du hast die terminladungen du machst mir die türen auf ich nehme das ganze geld und die anderen beiden die kümmern sich darum dass die typen die die menschen in der bank still sind können mitmachen ach ich glaube das habe ich schon mal gesehen wo habe ich das schon mal gesehen irgendwo habe ich das schon mal gesehen jupon jupon nee ich glaube sogar kann es nicht sogar sein dass ich das bei dir schon mal auf dem kanal gesehen habe andy kann sein dass du das schon gesehen hast du so ein zeitlupen ding gemacht oder so ein zeitraffer kann sein dass das von mir mit war ja natürlich von wem sonst ich schaue sonst nicht sehr viele videos hauptsache bei mir posten dauernden kommentar drunter ja naja die schaue ich mir schon auch an die bitteschön einparken kann alle einfach mit dem punkt aktivieren den punkt da hat da hinten eine was schon kommt jetzt hat geht's los also erwischt hat bringe ich die türen waffe abgeben und so hey jawoll andy hat für uns alle sandwiches mit da ja richtig nett alter ist das sandwich man wo es ist nice so ich hatte es hungrigen bank einfach mal die tüten wir direkt hier hinten wird auch gleich gekippt ok chris komm her ja hier die tür die da nein die da die eisentür achso scheiße termitladung links jan muss nicht weggehen muss nicht weggehen das ist ja geil es ist zwar ist zwar hoch giftiger dampf aber egal ich brauche 9 kick ich brauche was herderes ok dann lass mich kurz vorgehen aber ich muss die tür die erst aufmachen oder oder ne ne die die sitzt gleich offen ok und jetzt müssen wir wieder schießen oder jetzt durch fix hacken muss ich da eigentlich immer noch dastehen und da hier die türen ja woher dann schießt irgendjemand ach oben ja ich weil ich sonst nicht einschüchtern kann weil der dumme spacken schon weitergelaufen ist der andere der andy schaut nicht so aus als ob er hacken wird so ein ach so da unten ist ein kleines netbook das hat gerade so ausgeschaut als ob du irgendwo an so einem hundehaufen schnüffelst oder so vielleicht waren das doch keine sandwiches ok die die tür ist offen jetzt kommt gleich eine kurze zwischen sequenz ja jetzt musst du noch eine terminladung und dann kannst du mit drauf gehen und einschüchtern ok weil es ist besser wenn nur einer die das geld hat ja da kann nur von einem das geld verloren gehen ok also terminladung ist gesetzt ich gehe nach oben so erklärt mir mal einschüchtern bedeutet immer daneben schießen oder einfach einfach irgendwo rumballern du kannst dir irgendeine waffe auswählen bisschen ballern ja aber auch ein bisschen zielen also muss die zielen sollte auch ein bisschen rechnen ja wo hat es gemein und hier habe ich jetzt fast getroffen mann scheiße vor allem das unlogische ist es ist ein peilsender um das geld nicht mit den farbpatronen markieren zu lassen aber es liegt offen auf dem tisch logik aber es könnte auch durchaus eventuell sein dass da hinten ist gar keiner drin ach das sind die bank automatisch vor allem wir holen uns eine melle raus wie viel kohle hat die bank mehr wahrscheinlich ja wenn ich raten müsste würde ich sagen mehr die nötig du holst mehr raus ja 1,25 falls auf schwer steht so und jetzt ok jetzt jetzt an der tür müssen wir noch schießen oder jetzt müssen wir dann gleich schießen also ihr drei könnt raus und können die cops töten und am besten mit raketenwerfer oder granatwerfer umnieten ok raketenwerfer habe ich warte ich möchte gerne die sturm schroten und kann ich nämlich die die was nahe sind losgehen brauchst du nicht die ist ja nicht so nah ja ich nur ein auto pass auf zack ich schau mal nach babababam tot das stört alle fahrzeuge im kopf das stört alle fahrzeuge im kopf посмотрим holes bekommen gleich aus mir post wer ist alles schon zerstört und jetzt nein da sind noch welche lineup ha 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 ag lauf l 78 nothingen geatsse prediger Ach, da sind schon wieder welche. Ja. Können wir. Okay, los. Los, unterm Zaun rein. Da unten ist noch einer. Unterm Zaun rein. Man hat mich zum Glück nicht erwischt. Mich auch nicht. Oh, komm, der andere steht immer noch draußen. Okay, ihr müsst erst hier den Punkt mit aktivieren, bevor wir hier drüben weitergehen. Wo ist der andere? Gestorben. Oh, nein, oder? Doch. Ach, komm. Weil er nicht zuhören kann. Ja, er müsste mit uns im Team. Einfach nur wegen Michi. Immer dasselbe. Immer der Michi. Nicht vergessen, Rüstung, Munition. Und das bedeutet, wir müssen jetzt... Nee, Munition war nicht. Wir müssen jetzt noch mal alles von vorne machen. Nein, nicht ganz. Wir starten ab dem, wo wir rausgehen. Okay. Kannst du ihm das kurz sagen? Oder kannst du nicht im Sprachchat dann was sagen? Ja, der schreibt, der stemmt den. Ich glaube, der hat nicht zurückgeschrieben. Ich glaube, der hat nicht zurückgeschrieben, also ist er auch nicht so bewarmt, was das angeht. Ja, aber ich glaube, mein Sprachchat ist, glaube ich, noch aus, beziehungsweise nur auf Freunde und Crew. Sprachchat steht auf jeder. Ja! Wow. Was? Alter, hast du jetzt die Tür erwischt, du Bastard. Und natürlich hast du Kohle mir abgezogen. Okay, raus. Wir können jetzt raus. Okay, da hinten ist noch einer. Nee, da ist es nicht mehr. Ich mach das Auto da unten gleich direkt kaputt. Alter! Schießt nicht auf mich, das kostet Kohle. Du wirst es kaum glauben, aber es war eigentlich gar nicht so geplant. Ja. Okay. Und am Zaun, äh... Nein! Really? Ey, bitte! Ich wollte schon sagen, Bakt ist jetzt so hart, dass wir weitermachen können ohne dich. Was? Wieso ist es jetzt wegen mir gescheitert? Du bist kein Sprengmeister-Mitglied. Aha. Wie? Bei mir stand, dass ich gestorben bin. Ja, Sprengmeister-Mitglied. Du bist nicht Sprengmeister-Mitglied. Bei mir stand jetzt, äh, Neon-Brand ist gestorben. Und deshalb hat's, war halt das Problem. Äh, ich glaub, da ist das Spell. Ne, äh, 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 äh. Was ist jetzt los? Ne, ne, ne. Ich glaub, der hat mich getrennt. Oh, nee. Besteht Ladevorgang da? Und du hast Wolken? Geht weiter. Ach so, okay. Oh, Gott sei Dank. Hallo, wir haben auf Neustart schon. So, die da hinten sind auch schon kaputt. Wie hat der bitte überlebt? Kann mir das einer irgendwie schriftlich aufzeigen? Spawnt nochmal. Auch wenn du den getötet hast, wenn wir da hinlaufen, spawnt er nochmal. Äh, Mario, kaffst du dann kurz hinten? Äh. Hinten kommt auch noch was? Okay. Ja, da kommt vier. So, und ich versteck mich jetzt. Echt? Ach, da unten, der war das wahrscheinlich, der mich abgeknallt hat. Okay, vorrücken, vorrücken, vorrücken. Warte. Ja. Komm. Hier unten rein. Sag dem anderen vorrücken. Der kommt schon wieder nicht. Come on, come on, come on, come on. Daniel, bist du da? Okay. Ähm. Da sind jetzt Helikopter, äh, kümmern wir dir kurz um die Straße. Was die frei ist. Äh, Gebietsüberschreitung, Leute. Ja, du musst zurück, du musst zum gelben Punkt. Ja. Ach so. Oh shit, oh shit, oh shit. Wo ist der Helikopter? Da oben. Aua. Bämms. Hier noch die Helikopter. Ich werde gehitzt, noch gar nicht mehr, ist das wenig. Wo, 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 wo? Frag ich mich auch. Da. Ah, Mist, jetzt ist er davon geflogen. Okay, komm, los. Nee, nee. Ich brauche eine Rüstung. Okay. Nein. Jetzt habe ich gerade... Wo war denn der schon wieder? Ich verstehe das nicht. Das war wahrscheinlich der aus dem Helikopter. Ich glaube auch. Ey, wirklich. Ich verstecke mich jetzt irgendwo und lasse euch das machen. Echt. Das war, sowas kotzt mich an. Dann werde ich mir auch fixen in den Raketenwerfer. Es ist einfach scheiße, dass die nicht so fliegen, wie sie sollen. Wie ich das mit gewohnt bin. Die sind nämlich sonst immer, kommen sie, tauchen sie vorne auf. Kannst du fix mit dem Granatwerfer abschießen. Rage-Mode. Ja, Chris killt alles. Aber wir haben, wenn wir an dem Punkt noch starten, haben wir noch volles Geld. L.A.P.D. Surrender now! Ey, Ähm, Andi, nur so eine kurze Frage. Hast du eigentlich auch einen Noob-Tube? Was? Einen Noob-Tube? Nein. Kennst du das nicht, äh, von den ganzen Shootern? Einen Noob-Tube? Also das ist halt so, ähm, die, die was halt so richtig, äh, ja, was soll ich sagen, eigentlich ziemlich schnell, äh, Granaten wirft. Das ist eigentlich Granatwerfer. Ach, äh, ich sag halt gleich, gleich Granatwerfer, äh, Granatwerfer, ja, hab ich. Hör auf, wieder zu spawnen. Du bist nur ein Kinch. Vor allem draufgeschossen. Fax, ich sieh's gar nicht, du bist nur ein Kinch. So, Andi, du kümmerst dich jetzt um die Hubschrauber, oder? Ja, ich schau, dass ich mich um die Helis kümmere. Ich mach halt, äh, Sack. Der ist wieder nicht explodiert. Der hat eine Granate geworben. Headshot, und, Headshot. Weg hier. Oh, nein, da ist noch einer. Okay, los. Ich bin gleich tot, go, 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 go. Ich bin gleich tot, bin gleich tot, bin gleich tot. Ich stirb nicht. Hast du's geschafft? Noch nicht. Wo bist denn du? Hier. Okay. Punkt aktiviert. So, jetzt halt. Vorrücken. Können wir dir fixen um die Straße mit? Was bedeutet das da? Ach, da unten. Boah. Der wichs Helikopter sich dahinter verstecken muss. Gib mir bitte Deckung. Ich muss unbedingt was essen. Ich hab kein Leben und keine Panzerung. Tu es. Boah, mich hat auch irgendwas getroffen. Scheiße. Kommt von hinten. Habt ihr, seid ihr fertig? Ja, keine Ahnung. Da trifft mich irgendwas immer, Mann. Wer schießt denn da? Ja, von oben mit ein bisschen. Ich bin zwar jetzt nicht voll, aber egal. Okay, also einer stehe ich noch hier. Ich brauche nicht mehr viel. Los, los, los. Wohin, wohin, wohin? Über die Straße, renn. Hilfe, der Hubschrauber kommt. Er schießt auf mich. Ja, renn einfach. Ja, der andere läuft auch nicht. Wohin? So, die Bikes, kommt, schneller, schneller, schneller. Deinem, er soll auch nach. Go, 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 go. Ich glaube, der ist gestorben, oder? Nein, der lebt noch. Nein, der ist noch da. Ach, hier, ja, stimmt, die Bikes. Da schießt einer von oben. Aber, ja, wahrscheinlich der Helikopter. Aber, ja. So, und jetzt, wohin? Wohin? Jetzt kurz auf die Bikes aufsteigen, warten. Don't drive away with the bike. We go in my apartment and pick up the Koroma. Follow me. Follow me. So, wohin? Hier noch kurz kurz, wirst du, wenn eine braucht. Ja. Hier rüberspringen. Oh, da bist du. Oh, Mann, Alter. Wohin? Ja. Wir müssen kurz warten, ich werde noch fix gesehen. Könnt ihr fix die Kops ablenken, ein bisschen töten? Weg. So, und jetzt hat... Wohin hinter uns. Wohin, funktioniert das noch? Wohin, das funktioniert nicht. Der Hubschrauber? Doch, ich bin drin, ich bin drin. Okay, und jetzt hat... Kommt nach unten. Wo nach unten? Vorne, hä? Oder vorne einen Stockwerk kliefern. Nee, Stockwerk kliefern. Achtung, die schießen auf uns. Ja? Einsteigen? Ja. Ja, ist zugesperrt. Ja, ist zugesperrt. Oh, Achtung, die schießen. Ja, ja, ey. Fahrzeugzugang, jeder. Jeder kann rein. Nein, ich kann immer noch nicht rein. Warum könnt ihr nicht rein? Ja. Das haben sie vielleicht gepatcht, dass man nicht mehr fahren kann. Das wäre irgendwie doof. Probiert jetzt. Ah, jetzt bin ich tot. Ah, verdammt. Nee, wäre immer noch zugesperrt. Okay. Ähm, dann haben wir jetzt ein bisschen weniger, glaube ich. Was wir halt bis vorhin verloren haben. Schon wieder bin ich gestorben, ist klar. Ja, du warst das zweites erschossen. Dann können wir direkt reingehen. Na, ich sitze auf dem Motorrad schon... Ne, wieso? Hä? Komisch. Ich war... Ich... Ja, ja. Okay, jetzt schauen wir, dass wir gemeinsam reingehen. Also, ich... Ja, ja. Ja. Jetzt sehen uns die Cops wenigstens dann gerade nicht. Okay, ähm... Irgendwie ziemlich lustig, meine FPS-Ansage. Und es ist richtig hart. Bounce, bounce, bounce. Bounce, bounce, bounce. Mögliche Anzahl, 0 Dollar. Ähm... Ne? Ja, ach so, ja, du. Haha, haha. So, und jetzt hat wieder, äh... Schutzweste habe ich. Jetzt kurz... Jetzt müssen wir alle kurz auf die Bikes aufsteigen. Da schießt schon wieder jemand. Ja, ich. Habe mir eine Weste geholt. Steig auf. Ja. Absteigen. Nein, 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 nein. Was macht der? Ja, ja, er steht noch mit dem Bike dahinter. Ach so. Oh. Jetzt kommen sie aber wieder. Go, 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 go. Schnell. Oh, ich bin voll gegen den Baum gejumpft. So, und jetzt? Wir hätten den Helikopter zuerst zerstören müssen. Oh, Mann, wo ist denn der? In deinem Haus, warte. Jetzt, das. Oh, ich glaube, ich kann euch mit reinziehen. Okay, wir nehmen uns jetzt alle mit rein. Gut. Der andere auch? Ja. So, erstmal einsaufen, oder? Komm. Nee, jetzt, 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 äh, gehen wir alle in die Garage. Hier oder wohin? Ja, zieh uns alle rein. Alle in die Garage. So, jetzt müssen wir uns erst nichts, weil wir uns nicht reinsetzen können. Ha, 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 ha. Wow. Geiler Fuhrpark. Tut mir leid, ich muss da etwas trinken, denn sonst wäre ich. Ah, jetzt geht's. Oh, nee, ich muss wieder da hinten. Okay. Ha, das ist ja lustig. Ja. So, und jetzt stehen einfach draußen schon die Schützen. Müssen wir irgendjemanden abballern? Nö. Das wäre ja Cops, würde ich sagen. Wir sind soweit safe. Ja, aber Cops kann man nicht mehr abballern. Moplet! Moplet! Ja, ich hab den erwischt. Boah, was ist denn jetzt hardcore los, Alter? Der schmiert voll rum. Hast du dir schon wieder keine neuen Reifen drauf gemacht? Die sind bestimmt schon zehn Jahre alt. Nee, aber ich sitz im Auto, das ist das Problem. Das lag dann. Kann mir einer direkt das Boot markieren? Ja, mach ich. Boah. Ach so, Fluchtroute. Nee, ähm. Ja, ich markier's nochmal, Lex, Jan. Ja, äh, musst du per Karte markieren. Nee. Boah, 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 boah. Wow. Was ist heute ab da? Ich wäre jetzt nicht gern der eine Typ, der da gerade so kalt geblogen ist. Weißt du was? Wir killen ja keinen Kopf. Wir machen einfach nur gerne, oh, okay, der könnte töten. Tod sein. So, ist es 360 getrackt. Oh, der ist tot. Boah, Alter, kommen da viele. Drei. Wie wir alle aufs Auto geschossen haben, bloß weil es schwarz war. Ja, wir sind ja auch in Amerika. Habt ihr den Burschi gesehen? Alter, was ist, was geht hier ab? Ja, aber wir alle auf einmal sind, äh, vöckeln sie rum wie, wie, wie Irren. Ey, wie willst du das mit dem Motorrad schaffen? Kann mir das mal einer erklären? Ja, das haben wir oft genug, das haben wir über zehnmal mit dem Motorrad, äh, jeweils gemacht. Dann, dann wollt ihr mir das... Dann könnt ihr euch den Kuruma leisten. Nee, dann wurde mir das mit dem Kuruma gezeigt und der Wohnung. Dann hab ich mir dort eine Wohnung gekauft, also die Wohnung. und hab den Kuruma da reingestellt und seitdem tot. Es ist nicht mehr so ein Problem, aber es war bestimmt schwer. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Ey, wenn du da acht Mal dran rumsetzt, vor allem, du hast dann einfach kein Bock mehr. Miso. Fährt dann sein Kopf am Dach hinterher. Weil ich den so gekickt hab. Böse, böse. Jetzt haben sie keinen Bock mehr, oder? Aber jetzt ist da noch eine andere Polizeiwache zuständig. Schichtwechsel. Wir fahren direkt zum Boot, wir springen nicht mit dem Fallschirm rum. Also irgendwie hat das Auto echt ein merkwürdiges Fahrverhalten. Ja, irgendwie rutscht das in letzter Zeit zur Scheiße. Der Typ ist tot. Wie er sich aufs Dach gelegt hat. Der Typ ist auch tot. Ey, hier war auch der letzte Heiß da hinten an der Brücke. Ja, das war ja nur eine Vorbereitung. Ach, das war die Vorbereitung. Deswegen mussten wir hier... Nee, die Termin-Ladung haben wir da geholt. Boah. Wir fahren nämlich nicht zum gelben Punkt, wir fahren direkt zum Boot. Oh, okay. Lauter Tricksle. Ja. Nein, die gab's da. Stopp-The-Vehicle now und klemmt voll an der Wand. Ich komm gleich raus und verklock dir den Popo. Wenn du nicht sofort im Auto kannst stehen wirst. Du, du, du. Nein, 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 stieh das Ding. Mama, der bleibt nicht stehen. Oh, nee, 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 nee. Du, das ist nur, dass das so laut ist. Der böse, der böse Gangster bleibt nicht stehen. Oh, die Wanderer sind so... Oh, du klein wie dick tot. Halt dich nicht am Auto fest. Äh, 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 steig in das Ding. Tja, das würde ich mal sagen, ein geiler, äh, Tippfehler. Wieso? Das Boot heiß, denk ich. Weiß. Ach, müssen wir jetzt raus? Ja, ab ins Boot. Motorboot, motorboot. Tut das Note mit dem Boot. Oh, äh, ähm, ähm, F. F. Äh, der andere, äh? Kann man schießen hier? Kann man schießen hier? Ich kann hier drin nicht schießen. Ich zeig immer bloß, ich zeig bloß, ich zeig bloß den Stinkefinger. Ich zeig bloß den Stinkefinger. Aber wir haben es jetzt hier geschafft. Treu doch auf 1,173 Millionen, die wir zusammen erbeutet haben. Cool. Du glaubst jetzt stehen bis zu Beginn, ne? Juhuuu. So, das war der Reis in der einfachsten Version, die man machen kann. Ich habe leider diesmal nicht gezeigt, äh, dass man vom Ding springen kann, vom Berg. Obwohl die Vorbereitungen, die waren schon etwas hab ich. Ja. Was? Nein. So, warte mal, das will ich, das will ich noch auf der Aufnahme drauf haben. Die Frage ist, willst du das wirklich drauf haben? Ja, warum? Wo sind deine Tattoos hin? Ja, ja, du bist ein Spinnerfreund. Na toll, wie er bei mir, äh, gleich seit, die Beckenbewegung macht, der, kleine Lustmolch. Hey, das ist mein Job. Weißt du, wie, wie Andi so, wie so gierig, wie so ein Geier darstellt, so. Wie sich Andi freut, obwohl er weiß, dass er nichts bekommt. Hat er gerade was vom Picknick gesagt? Ne, ne, das hatten wir in der Bank. Da hatten wir schon Sandwiches. Bin voll. Ihr wisst schon, was Sandwiches sind, oder? Kennt ihr How I Met Your Mother? Ja. Ja, weil ich die auch zum Banküberfall mitnehme. Das Zielen kann ja nur mega krass werden. Ja, genau, jetzt money, money. Money, bro. Wir haben hier Geld gekriegt, obwohl ich kein Geld bekomme. Also, da war es nur Riege geschrieben, warum sie abdreckt dich. Oh, yeah. Soll es, warte mal? Oh, was macht er jetzt? Jetzt soll ich erst mal ein Wanken darauf. Wie viel hat er bekommen? Ich habe nichts. Boah, ich habe Gold, Mann. Wie ist denn das passiert? Bravo. Ich bin immer besser, aber den Andi, den werde ich nie einholen. Anteil an der Beute, nicht schnell neu starten, Elite-Herausforderung, Bonus erstes Mal habe ich bekommen. Insgesamt verdient das Geld. Und wie wird es jetzt verdoppelt? Also, eigentlich heißt es, es gibt doppelten Bonus, also doppelte Menge. Schaut aber nicht so aus. Vielleicht, weil es nur bei der ersten heißt. Ich glaube, da habe ich irgendwas... Nein, nein, bei allen heißt es. Da bin ich für mich zu sicher. Oh, yeah. Wir sind die Größen. Check it out. Erstmal der Blondenschnitt an die Schulter klopfen. Natürlich. Also, tschüss, Leute. Oh, das war es geil. So, yeah. Meine Stadt. Ich glaube, die Lana mag dich. Ach, so ist das? Ja, das könnte möglich sein. Wie der andere im Passiv-Modus rausmarschiert. Also, Lana, na? Na? Na, wie wäre es mit uns? Komm her. Oh, jetzt wird es hart. Also, jetzt nur so ein bisschen, ne? Voll in die Eier. Oh, der wehrt sich nicht. Oh, es ist geil. Hey, aber... Voll, wie oft ich schießen kann direkt hintereinander. Oh, komm her, Andi. Komm her, Andi. Oh, komm her. Wie viel Geld habe ich jetzt verloren? Ich bin zu spät gekommen. Andi? Jetzt habe ich bestimmt 1,5 Millionen Dollar verloren, oder? Das ist auf deinem Konto. Ach so, okay. Gut. Also, hiermit würde ich sagen, was das für die Folge mit dem letzten heißt, der irgendwie zwischendrin kam, weil das von meiner Playlist ist. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Kommt bei den anderen vorbei. Genau, immer bei den anderen vorbeischauen, das ist ganz wichtig. Neon Braun, Death Bro 19, Lost in Park, heißt er auch, oder Andi. Acker, 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 Acker. Also, ciao. Ciao.